Zahnwurzelprobleme. Nun stehen aber hier auch ausrangierte Waggons. Das hat nichts zu bedeuten, oder? Ja, aber es stehen auch sehr viele, soweit ich das überblückt habe, bereits schön renovierte Waggons. Die sichersten Waggons sind die stehenden. Die ÖBB fährt so unsicher, dass man sie nicht einmal auf Zeit heim dran kauft auf der Schiene. Also ich glaube, das ist schwer im Zeitgeist. Kommen Sie wegen dem Kanzler auch? Ich komme wegen allen Menschen. Also auch wegen dem Kanzler? Da ist ja ein Mensch. Das Motto des Abends ist, ein Abend für morgen. Sollte es nicht heißen, ein Abend bis morgen? Das kann ja beides sein. Bleiben Sie bis morgen? Naja, wenn morgen schon streng genommen, eine Minute nach zwölf ist dann schon. Ich selber kann mich erinnern, ich bin ein, nicht an jedem, aber an einem Kanzlerfest, erst um halb fünf in der Früh noch rausgekommen. Sind Sie froh, dass Sie kein Kanzlerfest mehr ausrichten müssen? Würde ich als Nicht-Kanzler ein Kanzlerfest ausrichten müssen, würde ich mir ziemlich schwer tun. Ja, setzen Sie so an. Ja, ich bin ein wenig.